SPECIAL FIGHT Ein wahrer Vater zu sein bedeutet mehr als nur das gleiche Blut zu haben. Es bedeutet, dass man selbst in der schlimmsten Situation bereit ist, für sein Kind sein Leben aufzuopfern. Und wieso Nein sagen zu einem Vater, der Ärsche über die ganze Galaxie kickt? Absolut perfekte Beispiele sind diese zwei hier. Yondu, der Anführer der Ravagers. Und Darth Vader, der legendäre dunkle Sith Lord. Wer dieser zwei Giganten wird wohl diesen Kampf gewinnen? Es gibt nur einen Weg, diesen herauszufinden. Und zwar bei einem SPECIAL FIGHT! FIGHT! Der Fouls of the Darkseid! Der Fouls of the Darkseid! Weil er halt Yondos Pfeil mit der Macht anhalten kann, mit einem Lichtschwetzer schneiden kann und Yondu dann mit der Macht würgen kann. So wie er es in Special Fight auch gemacht hat. Ja, also bis zum nächsten Mal bei SPECIAL FIGHT!